Tiri? Du stirbst nicht! Hey, die Schneeballschlacht, die wir gemacht haben. Das war witzig. Hauptsache in dem Rückblick haben wir eine andere Frisur, als wir da in echt eigentlich hatten. Aber ist okay. Hä, das sind alles Sachen, die wir mit ihr gemacht haben. Was bedeutet das jetzt? Was ist das? Die Geräusche. Was ist denn jetzt passiert? Haben wir es jetzt verkackt? Ich bin gerade vollkommen verwirrt. Und was war dieser Rückblick von den Sachen, die wir mit ihr gemacht haben? Hat das irgendeinen Einfluss gehabt? Mit der Schneeballschlacht oder die anderen Sachen? Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Da ist es überall kalt. Ich habe das Gefühl, es hat nicht funktioniert. Oh, Ciri ist tot, oder was? Triss? Ich würde dir glauben, wenn du mir eine Bunthose aus Batiste mit Monogramm zeigen würdest. Du würdest sicher sagen, ich hätte sie gestohlen. Idioten. Solltest du nicht gerade ganz woanders sein? Ja. Ach, na schön. Wo wolltet ihr euch treffen? Bei der Jagdhütte. Sprich mit dem Jäger. Wieso sind wir überladen? Wir sind überhaupt nicht überladen. Was erzählte denn? Wo ist dieses Schwert, was wir eigentlich vorhin bekommen haben? Dad... Dad... Wie hieß denn das? Haffkarin... Haffkarin... Ines... Irgendwas haben wir bekommen? Keine Ahnung, was es war. Es ist ja ewig her, dass wir mal hier waren. Spitz mit dem Jäger. Und Ciri? Ähm, hallo. Hä? Fangen das ausgerissen Pferd ein. Wie soll ich das denn machen? Ich kann ja nicht mal rennen, weil ich angeblich überladen bin, was nicht stimmt. Wie blöd ist das denn? Kann ich was fallen lassen? Und wieder aufnehmen? Hä? Und jetzt bin ich nicht mehr überladen? Wow. Toll. Wäre das mal vorher so gewesen, hätte ich das Pferd schon lange eingefangen. Achso. Wow. Ich hätte das gar nicht gebraucht. Ist mir egal, übrigens. Ich will jetzt wissen, was mit Ciri ist. In den besten. In denen seines Besitzers. Hast du mich vermisst, Gulden? Ja? Sieht ganz danach aus. Er ist losgerannt, als er dich gerochen hatte. Hat dabei alle umgerannt. Hast du gehört, ob ihm jemand hinterhergerufen hat? Verdammte Achselhöhlen oder so ähnlich? Es gibt nur einen, der so lustig flucht. Mein Nachbar Mirko. Er hat auf Gulden aufgepasst, als ich weg war. Ich muss zu ihm. Er macht sich bestimmt Sorgen. Hier. Als Zeichen meiner Dankbarkeit, dass du Gulden hinterhergerannt bist, um zu sehen, ob es ihm gut geht. Kein Problem. Mach ich doch gerne. Was haben wir jetzt bekommen? Wird gar nicht angezeigt. Okay. Haben wir irgendwas bekommen? Achso. Ja, das habe ich ja gerade aufgesammelt. Okay. Keine Ahnung, was wir bekommen haben. Mir ist auch egal. Wir müssen jetzt dringend... Lass mich doch wissen, was Ciri geschwäst. Nein! Vielleicht willst du heute Abend bei uns vorbeikommen. Werka backt einen Kuchen. Nein! Ich weiß nicht, ob... Wie du willst. Du bist jedenfalls immer willkommen. Okay. Danke. Das ist sehr nett. So. Hauptsache hier steht, es wäre was dran, aber es ist gar nichts dran. Plötze! Da bist du ja. Für die paar Meter hat es jetzt nicht mehr gelohnt, aber egal. Da. Miss Love. Hey. Bitte, Ciri. Bitte lass es Ciri sein. Schnappt sich die Hasen bestimmt mit der Hand und steckt sie dann selbst in die Fallen, weil sie ihr zu langsam sind. Wo ist sie hin? Nicht weit weg. Da lang. Mach's gut. Liegt von dir Plätze, dass du gewartet hast? Moment mal. Wie viel hat unser Silbersch... 28. Oh Mann. Haben wir hier nicht so ein Kit? So. Jetzt können wir doch mal... Hier benutzen wir die zwei. 83. Passt. So. Aber nicht, dass uns noch unser Silberschwert zerbricht. Das wäre blöd. Huch. Ja. Ja. Ciri. Sie hat überlebt. Gott sei Dank. Keine Lust mehr auf die Hasenjagd? Nicht so richtig. Und jetzt? Nichts. Sitze nur hier rum und warte auf dich. Echt schön hier. Und kalt. Warte erst, bis du Dolblatana im Winter siehst. Und die blauen Berge. Wir gehen nach Osten, wenn der Schnee schmilzt. Wir sind schon etwas zu lange hier. Du hast versprochen, mir noch das Greifennest zu zeigen, bevor wir gehen. Lass uns jetzt gehen. Interessiert sie das wirklich? Interessiert dich das wirklich? Absolut. Du hast es doch selbst gesagt. Ein Königsgreif ist ein seltener Anblick. So selten auch wieder nicht. Und bis Kehrmoor hin werden wir sowieso ein paar von ihnen töten müssen. Aber wenn du das Nest sehen willst, es ist den Hügel rauf. Komm. Bekommen wir noch eine Erklärung? Vor allem, warum steckt Plätze hier in dem Busch fest? Ich reite mal vor. Du musst halt ein bisschen nachkommen, ne? Macht ja nix. So, hier lang. Und hier hoch. Fein machst du das, Plötzilein. Fein. Vorsichtig jetzt. Hör auf, den Lehrer zu spielen. Ciri, warte. Da ist was in. Du musst mich nicht wie ein kleines Kind behandeln. Ciri. Hässlicher Basta. Huch. Boah, da hat das Blut ja gespritzt. Krass. Hä, wo ist denn jetzt dein Kopf auf einmal hin verschwunden? Cool. Was denn? Einen Tick schneller. Hätte nicht viel gefehlt und du hättest jetzt keinen Arm mehr. Aber ich hab ihn noch. Er ist tot. Wo liegt das Problem? Du bist wütend, wolltest deinen Ärger rauslassen. Aber das nächste Mal. Verstehst du's nicht? Es wird kein nächstes Mal geben. Ciri, wovon redest du da? Tut mir leid. Es ist nur... Es geht mir nicht gut. Wehst du zurück? Also gut. Schluss jetzt. Lass uns Fische fangen. Wieso willst du denn jetzt Fische fangen? Oh Mann. Du kannst schon... schon durch vorgehen. Ich... Rittersporn einen schönen, fetten Barsch. Dann vergisst er vielleicht den Haseneintopf. So. Ja, wir gehen außen rum. Es ist okay. Sie sagt nur... Was ist denn los, Ciri? Was ist denn passiert? Hier ist eine Hütte. Okay. Super kalt ist es hier überall. Hat das nicht funktioniert, was sie machen wollte? Mit der weißen Kälte? Ich werde verrückt. Sollen wir verschwinden? Nein, auf keinen Fall. Hier muss es jede Menge Barsche, Brassen und Döbel geben. Frische Döbel. Wäre das was? Hätte nichts dagegen. Aber wollen wir hier warten, bis er verschwindet? Nein, wir verscheuchen ihn. Wie denn? Ich improvisiere. Warte hier. Äh, okay. Wuff, eine Bombe. Oh, super. Sammle den Tisch ein. Ein alter Hexer-Check für harte Winter. Nicht gerade feinsinnig, aber... Effektiv. Hm, aber nicht nachmachen. Und warum zeigst du es mir dann? Nur für den Fall. Man weiß nie, was unterwegs alles so passiert. Was macht da so komische Geräusche? War das die Demerizium-Bombe? Yay, tot auf euch. Gehen wir. Wer hat dir das beigebracht? Wesemir. Ist lange her. Wie lange? Sehr lange. Als ich mich noch Geralt-Roger-Éric de Haute-Belgarcie nennen wollte. Was? Was? Ich erzähl's dir heute Abend. Und auch wie du dir das Bein gebrochen hast, als du gewettet hattest, vom Dach von Kermorhen auf einen Pferderücken zu springen? Hm. Woher weißt du überhaupt davon? Eskel hat's mir erzählt. Aber ich will die Geschichte von dir hören. Du hast sicher eine rationale Erklärung dafür. Frech. Hat der einfach peinliche Geschichten über uns erzählt? Das war so klar. Mein Glück, ist der Schnee so fluffig und kein Stein drunter. Schön, dass sie überlebt hat. Wir sollten umkehren. Was ist denn los? Hallo? Warum kleidet mich denn niemand an? Was ist denn das Pendel? Ich weiß auf jeden Fall, warum der Ort hier Weißgarten heißt. So viel Schnee wie hier liegt. Das ist so ein schönes Geräusch, wie dieser Schnee knirscht. Warum weint sie denn? Thierry? Ich hatte fast vergessen, dass es heute soweit ist. Sie sind wegen mir hier, Geralt. Ich gehe nach Nilfgaard. Zu Em hier. Ich weiß, du hast etwas anderes erwartet, aber... In Vysima habe ich lange mit meinem Vater gesprochen. Eigentlich haben wir gestritten und uns dann getrennt. Dann ist ein Bote gekommen mit einem Brief. Ich hatte zuerst nichts gesagt, weil ich mir nicht sicher war. Und dann... Ich habe erkannt, dass ich nicht mehr weglaufen darf. Ich will etwas verändern und das geht nicht, wenn ich in irgendwelchen Dörfern Monster jage. Dazu muss ich dort sein, in Nilfgaard. Warte, wird sie jetzt die Kaiserin? Ist das deine freie Entscheidung? Wenn du damit unterstellst, dass Yennefer dahinter steckt, dann ist die Antwort nein. Toll. Weißt du überhaupt davon? Nein, und ich würde sie auch gern da raushalten. Das darfst du ihr gern selber sagen. Oh. Du hättest es mir sagen können, mich warnen können. Das wollte ich auch, aber ich wusste nicht wie. Ich war glücklich hier. Ich hatte Angst, alles kaputt zu machen. Ich wollte jeden Moment auskosten. Dann, bei dem Nest vorhin. Das war es also. Ich wollte dich nicht bedrängen, es mir zu sagen. Ich dachte, wir hätten Zeit. Viel mehr Zeit. Ist es das, was du willst? Ja. Du willst mich nicht aufhalten? Mich mit Gewalt in die blauen Berge bringen? Ich bin auf der Suche nach dir nicht um die halbe Welt gereist, um dir jetzt etwas aufzuzwingen. Oh, doch. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Du weißt, wo du mich findest. Du kannst unmöglich die ganze Zeit in Kermor hinbleiben. Wie auch immer. Du wirst mich finden. Ja. Vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Wer weiß, vielleicht hilft es dir dort. Du weißt, was du weißt. Ach, jetzt hatten sie sich gerade wieder. Aber sie ist ja nicht aus der Welt, zum Glück. Jetzt bist du Gott, Und wenigstens wissen wir, dass es ihr gut geht. Das ist doch auch schon mal viel wert. Aber hat sie jetzt die weiße Kälte besiegt und hier ist einfach nur ganz normaler Winter? Habe ich das richtig verstanden jetzt? Das ist aber auch verwirrend. Oh, das war's. Das war's. Jetzt kehrte Ciri nach Nilfgaard zurück, ihre Heimat väterlicherseits. Emhyr bereitete sich darauf vor, sie zu seiner Nachfolgerin zu machen. Die junge Frau brachte die notwendigen Eigenschaften mit, das ist zu unterstreichen. Vom Vater hatte sie den politischen Instinkt einer Kaiserin geerbt, von Geralt den Sinn für menschlichen Anstand übernommen. Diese Eigenschaften vereinen sich selten in Herrschern ein Jammer. Auch wenn es schwer zu glauben ist, Geralt wurde endlich sesshaft. Im fernen Kovir. Er und Triss schufen sich ein Zuhause. Warm und von frischem Kuchenduft erfüllt. Gäste waren stets willkommen. Egal zu welcher Uhrzeit. Hin und wieder übernahm der Hexe einen Auftrag. Eher aus Gewohnheit, denn aus Not. Als Beraterin des Königs von Kovir verdiente Triss mehr als genug. Okay, das war das Ende. Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich ganz gute Entscheidungen getroffen, oder? Also, eigentlich leben alle bis auf Radovid, aber Radovid war ja eh blöd. Und... Ciri wird jetzt Kaiserin? Das ist krass. Aber... Wir leben mit Triss glücklich bis an unser Lebensende. Und das ist doch schön. Krasses Spiel, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein paar Nebenmissionen machen werde. Vielleicht so ein bisschen als Zeitvertreib oder so. Mal schauen. Es gibt ja auch noch andere Projekte. Und ich habe jetzt ja sehr, sehr lange Witcher gespielt. Aber es ist einfach ein richtig geiles Spiel. Und auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre alt ist, ist es immer noch so geil. Und ich meine, hallo, wie viel Spielzeit kann man denn da bitte reinstecken? Das ist ja unfassbar. Und wir haben ja jetzt bei weitem noch nicht alles gemacht. Man kann ja erstmal die ganze Welt erkunden. Die ganzen Nebenquests. Ich meine, ich habe bestimmt noch hunderte Nebenquests übersehen und gar nicht gemacht. Das ist schon krass. Und ich fand auch, gerade wie sich die Geschichte dann am Ende so ein bisschen zugespitzt hat mit den wichtigen Charakteren. Dass alle nochmal so aufeinandertreffen. Und man teilweise dann noch Entscheidungen treffen konnte. Wer stirbt und wer nicht. Und ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt das Ende irgendwie beeinflusst haben. Und ob Ciri hätte sterben können. Aber ich vermute mal schon, dass sie hätte sterben können. Aber irgendwie gab es da ja diesen einen Rückblick, wo sie sich an Dinge erinnert hat, die wir mit ihr gemacht haben. Irgendwie diese Schneeballschlacht. Und dann war da dieses Grab von Skjal, hieß er, glaube ich. Oder, ja doch, Skjal. Sjakr macht keinen Sinn. Nee, der hieß, glaube ich, Skjal. Aber inwiefern hatte das jetzt einen Einfluss darauf, ob sie stirbt oder nicht? Also, falls es einen Einfluss darauf hatte, weiß ich jetzt nicht. Werde ich auf jeden Fall mal nachlesen. Oder ihr schreibt es mir in die Kommentare. Da wäre ich natürlich auch sehr verbunden. Aber krass, dass wir jetzt durch sind. Machen wir doch nicht die 200 Folgen voll. Wohl vielleicht mit Nebenquests. Aber da muss ich mal schauen, inwiefern ich da dann jetzt Lust drauf habe. Weil ja, wie gesagt, noch einige andere Spiele so rauskommen. Und da müssen wir einfach mal schauen, was die Zeit hergibt. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dem Spiel 12 Sterne. Äh, 12 Punkte. 12 Sterne, ja genau. Ich fand es mega geil. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht über einen so langen Zeitraum gespielt und immer wieder als gut befunden. Weil ich glaube, irgendwann verliert man die Lust an so einem Spiel. Klar, ich habe jetzt auch mit Pausen was gespielt, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal ruhig. Wünsche euch noch viel Spaß mit diesem wunderschönen Abspann. Und ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Das Spiel sowieso. Spielt es selber. Weil es ist geil. Tschüss. Und ich hoffe, euch hat das gemacht. Und ich hoffe, euch hat das gemacht. Ich hoffe, euch hat das gemacht. Und ich hoffe, euch hat das gemacht. Amen. 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 Amen.